Das Interesse an der diesjährigen 16. Modenschau der MES war wieder, wie erwartet, sehr groß. Die Aula füllte sich bis auf den letzten Platz und man erkannte die freudige Erwartung der Zuschauer auf die bevorstehende Vorstellung der Kollektion. Hinter den Kulissen bereiteten sich die Models der drei Ausbildungsjahrgänge mit den letzten Handgriffen auf ihren Auftritt vor. Die Abendvorstellung eröffnete der Schulleiter Friedhelm Walter zusammen mit den Moderatorinnen des Abends, Sophie Räuber, Sarah Bönsel und Margarete Werner. Das Motto in diesem Jahr lautete A la Coco. Die angehenden Maas- und Modeschneider und Schneiderpillen präsentierten auf professionelle Weise ihre modischen Interpretationen im Stile von Coco Chanel. In verschiedenen Laufgruppen wurden die selbst entworfenen und gefertigten Kollektionen zu den Themen Stoffgewebe, Maskulinität, Bluse sowie das kleine Schwarze präsentiert. In der Pause wurden den Gästen an verschiedenen Stationen kulinarische Köstlichkeiten und Erfrischung angeboten. Eine Ausstellung zu Coco Chanel und die Entwurfsphasen der gezeigten Modelle konnten die Besucher im Foyer bewundern. Zum Abschluss der Modenschau zeigten sich alle Auszubildenden in einem Lauf dem begeisterten Publikum. Zum Abschluss der Modenschau zeigten. Untertitelung des ZDF, 2020